Ich war auf der geilsten Veranstaltung des Jahres 2021 bis jetzt, das super Warnsteig-Event Taribrunde 2021. Wir haben ja hier gesehen, der Platz war rappelvoll, es gab fast kein Parkplatz mehr zu bekommen. Gefordert ist die Sicherung der Zukunft, dann eine Lohn- bzw. Gehaltserhöhung von 4 Prozent und einen großen Fokus würde ich persönlich noch auf die Ausbildung legen, weil auch in Zukunft werden Facharbeiter benötigt, gerade bei uns in der Branche. Wir haben trotz andauerndem Fachkräftemangel, der ja immer wieder betont wird, einen Rückgang an Ausbildungsplätzen. Gerade in meinem Betrieb wird auch immer häufiger die Übernahme infrage gestellt und das ist ein absolutes Unding, denn gerade in der jetzigen Corona-Pandemie sind Perspektiven enorm wichtig. Wir haben auf die Lohnerhöhung verzichtet und jetzt sagen wir uns null Prozent und man will noch ein flexibles Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld von uns. Das geht gar nicht. Wir erwarten jetzt ganz klar von den Arbeitgebern einen großen, großen Schritt auf uns zu, damit man auch überhaupt von Verhandlungen sprechen kann, weil im Moment, die haben uns da was hingeklatscht, da kann man nicht mal Angebot schimpfen. Und deshalb sage ich an dieser Stelle ein klares Signal bis zum 15. Dritten. Sie müssen endlich aus der Hose kommen mit einem vernünftigen Angebot bei dem Thema Entgelt, mit einem vernünftigen Angebot, dass wir Zukunft gestalten können, dass wir Arbeitsplätze sicherer machen können und dass wir eine bessere Übernahme für Ausbilder haben und auch gerade für Dualstudierende. Wir sind hier bei der Georgsmarienhütte GmbH, Stahlwerk im Süden Niedersachsens. Wir hatten heute einen Auftakt für die Tarifrunde mit dem ersten Warnstreik in dieser Stahltarifrunde. Das ist ein Zeichen an die Arbeitgeber, dass wir dahinter stehen, alle gemeinsam. Wir fordern vier Prozent tabellenwirksame Lohnerhöhung, ein ganz wichtiger Bestandteil. Beschäftigungssicherung ist in der gesamten Stahlindustrie ein ganz wichtiges Thema. Die Arbeit, die da ist, verteilen auf breite Schultern, unbefristete Übernahme der Azubis. Dualstudierende gehören mit in den Tarifvertrag. Das sind die Forderungen, die wir aufstellen. Und da stehen wir alle hinter. Das haben wir heute hier gesehen. Bei der Beteiligung, die wir hier hatten, alle Kolleginnen und Kollegen unterstützen diese Forderungen. Und deshalb ist das ein klares Zeichen an die Arbeitgeber, sich mal am Tisch zu bewegen. Wir stehen hinter unseren Forderungen und wir wollen was bewegen. Und so wie ich das hier aus dem Autofenster raus sehe, sind wir im Aufruf ziemlich viele Kollegen aus diversen Betrieben gefolgt. Wir lassen uns das nicht gefallen. Wir machen uns natürlich für unsere Forderungen stark und kämpfen für unsere Perspektiven. Auch wenn wir uns leider nicht persönlich draußen treffen können, aber ich gehe davon aus, auch das hier zeigt Wirkung. Ja, wenn die sich jetzt noch weiter querstellen, dann machen wir die Buden einfach wieder zu. Das kriegen wir auch hin. Wir haben heute hingekriegt, hier viele, viele Autos zu versammeln. Und wenn es sein muss, dann gehen wir auch noch wesentlich weiter. Stark aus der Krise. Das schaffen wir nur gemeinsam. Und dafür brauchen wir dich. Werde jetzt Mitglied der IG Metall und mach mit bei der Gestaltung deiner Zukunft. Du bist schon Mitglied? Dann sprich deine Kolleginnen und Kollegen an. Mitglied werden geht natürlich auch online. 001 00 U21 001 337 0016 Gregor gar Interesting ead. 001 006 001 001 001 01 001 001 008 008 001 001 001 007 Volume weather. 001 002 002 001 001 01 001 008 001 001 001 Wasserihatt aids,